Der Begriff Evangelium kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Mit den Evangelien sind meistens die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament der Bibel gemeint. Darüber hinaus sind noch weitere Evangelien überliefert, die nicht zum biblischen Kanon gehören und als Apokryphen bezeichnet werden. Die Verfasser der vier Evangelien werden auch als Evangelisten bezeichnet. Begriffsgeschichte In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, findet sich der Begriff Evangelion mehrmals in Szenen, in denen einem König die Nachricht von einem militärischen Sieg überbracht wird. Im nachexilischen Judentum war mit Evangelium vor allem die vom Propheten Jesaja angesagte Heilsbotschaft gemeint. Im Imperium Romanum bezeichnete dieser Begriff solche Nachrichten aus dem Kaiserhaus, die als gute Nachrichten, aufgefasst wurden. Die älteste Belegstelle findet sich in der steinernen Kalender-Inschrift von Prien, in der es über den Geburtstag des vergöttlichten Kaisers Augustus heißt. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften Evangelien heraufgeführt. Übersetzung Adolf von Hanna Bei Markus 1,1 EU erhält der Begriff eine kontrastierende Bedeutung in der Anwendung auf Jesus von Nazareth. Er bezeichnet die Frohbotschaft vom Heilsgeschehen in Jesus Christus. Diese Frohbotschaft ist ursprünglich nicht etwas schriftlich Fixiertes, sondern mündliche Verkündigung. Einige Kirchenväter bezeichneten das gesamte Neue Testament als Evangelium. Die Bezeichnung Evangelium im Zusammenhang mit den kanonischen Evangelienschriften findet sich bei dem Kirchenvater Irenaeus. Das Evangelium als die eine Botschaft von Jesus Christus in vier Formen, nach oder gemäß Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Der Kirchenvater Justinus verwendet den Ausdruck in beiden Bedeutungen. Die vier neutestamentlichen Evangelien Als Evangelien gelten die am Beginn des Neuen Testaments stehenden vier Bücher. Sie berichten über das Wirken Jesu und entstanden mehrere Jahrzehnte nach dem Wirken Jesu. Nach allgemeinem Konsens der Bibelwissenschaftler ist die ursprüngliche Sprache aller vier neutestamentlichen Evangelien das griechische. Die Verfasserangaben gehören nicht zum ursprünglichen Text der Evangelien, wurden aber früh hinzugefügt und sind in der gesamten Überlieferung einheitlich. Es ist nicht nachvollziehbar, ob die Namen tatsächlich die ursprünglichen Namen der Verfasser sind, oder ob diese Namen einem nicht namentlich bekannten Verfasser sekundär zugeschrieben wurden. Evangelium nach Matthäus Wirkungsbereich Adressaten Vor allem Judenchristen mit guter Kenntnis der jüdischen Bibel. Evangelium nach Markus Verfasser Wirkungsbereich Adressaten Vor allem Heidenchristen Evangelium nach Lukas Verfasser Wirkungsbereich Adressaten Vor allem gebildete Heidenchristen Evangelium nach Johannes Verfasser Wirkungsbereich Adressaten Allgemeinchristen Allgemeinchristen, deren Glaube vertieft werden soll. Die Entstehungszeit der neutestamentlichen Evangelien liegt zwischen 30 oder 33 n. chr. Und ungefähr 120 n. chr. Ein Fragment des Johannes-Evangeliums aus der Zeit Kaiser Hadrians und Kirchenväter Zitate In der theologischen Forschung vertritt kaum jemand die Frühdatierung eines Evangeliums in die 30er Jahre. Es gibt aber seit der Antike die These eines Suchrevangeliums. Die Diskussionen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen einer mittleren Datierung der Evangelien um 60 n. Christus und einer Spätdatierung um 85 n. Christus. Trotz des nur kurzen öffentlichen Wirkens Jesu gibt es also von ihm zeitlich nähere biografische Darstellungen als von den meisten antiken Persönlichkeiten. B. Wurde die früheste noch erhaltene Biografie über Augustus ein Jahrhundert nach dessen Tod von Sueton geschrieben. Über Mohammed zwei Jahrhunderte nach dessen Tod von Nibé in Hisham. Um die Entstehungszeit der Evangelien zu bestimmen, werden folgende Kriterien zugrunde gelegt. Stilistische Eigenheiten, wechselseitige Bezüge der Texte, theologische Unterschiede und Bezugnamen auf historische Fakten. In der folgenden Tabelle finden sich einige Datierungsversuche. Obwohl die ersten drei Evangelien viele Begebenheiten ähnlich berichten, und der Inhalt des Markus-Evangeliums größtenteils bei Matthäus und Lukas enthalten ist, wurden alle vier Evangelien für den kirchlichen Gebrauch beibehalten. Es wurde weder z.b. das Markus-Evangelium weggelassen noch trat eine Evangelien-Harmonie an die Stelle der Evangelien. Die entstehende Großkirche entschied sich dafür, diese vier in den christlichen Gemeinden gebrauchten Evangelien gesondert in den neutestamentlichen Kanon aufzunehmen. Neben den vier genannten Evangelien kursierten ab dem 2. Jahrhundert viele Pseudepigraphe Evangelien, die später nicht in den Kanon aufgenommen und als apokryphe Evangelien bezeichnet werden. Von ihnen sind u.a. überliefert das Thomas-Evangelium, das Petrus-Evangelium, das Judas-Evangelium, das Evangelium der Wahrheit und das Philippus-Evangelium. Von diesen Evangelien sind z.t. nur Fragmente oder Zitate bei Kirchenvätern erhalten. Siehe auch Wixen-Evangelium Bedeutungserklärungen Worterkunft Synonyme Übersetzungen Evangelium Biblische Einleitungswissenschaft Biblische Exegese Liste biblischer Bücher Synoptische Evangelien Synoptisches Problem In Schill N.A.G. Hamadie Schriften N.A.G. Adam Dich Schill Taks Und religi Pers Dich Dich Dich